Herzlich Willkommen zu die Sterne für die Woche vom 6.2. bis 13.2.2023. Mein Name ist Robby Altwein, schön, dass Du da bist. In der neuen Woche wandert die Sonne durch das Zeichen Wassermann. Und es wirken in der neuen Woche auch die Energien des Vollmondes. Wir haben am Sonntag, den 5.2. um 19.30 Uhr, also kurz vor Anbruch der neuen Woche, haben wir einen exakten Vollmond im Zeichen Löwe. Die Löwe-Wassermann-Achse wird betont. Und in der neuen Woche wird diese Vollmond-Energie auch eine ganz besondere Wirkung haben, denn es geht jetzt in den nächsten Tagen jetzt immer mehr darum, dass wir uns öffnen für höhere Wahrheiten. Es geht um Befreiung, es geht um eine Energieanhebung. Einerseits die Wassermann-Sonne zeigt an, dass es immer wichtiger wird, dass wir unseren Geist erneuern, dass wir uns freimachen von alten Verstrickungen, freimachen von einem alten Bewusstsein. Der Wassermann-Geist kommt jetzt über die Erde. Wir leben ja in einem Wassermann-Zeitalter. Das Wassermann-Zeitalter ist bereits angebrochen. Wir leben im Wassermann-Zeitalter schon. Und das wird sich jetzt in den nächsten Monaten und Jahren noch sehr, sehr beschleunigen, dieser Wassermann-Geist. Und der Vollmond, der im Löwen steht, Löwe steht immer für die Kreativität, steht immer für die eigene Kraft, für die Power. Es geht jetzt darum, dass wir uns öffnen für unseren inneren Reichtum und diesen bejahen. Sage Ja zu deinem Weg, sage Ja zu deinem Leben, sage Ja zu deiner Kraft. Diese Vollmond-Konstellation ist im Einklang mit Jupiter-Chiron. Jupiter-Chiron, die jetzt eine Konjunktion aufbauen, die im März exakt wird. Zu aller 13, 14, 15 Jahre gibt es diese Konjunktion von Jupiter-Chiron. Und dass sie das letzte Mal im Witter stattgefunden hat, das ist schon einige Jahre her. Das war 1976, das letzte Mal. 1976. Und Jupiter-Chiron im Witter steht für den Neubeginn. Jupiter-Chiron steht auch für spirituelles Wissen, spirituelle Lehrer im Witter stehen, die jetzt sich zeigen, die jetzt aktiv werden, die jetzt zu Bewusstsein ihrer selbst kommen. Also in diesen Tagen, aber auch überhaupt in diesem ausgehenden Winter, beziehungsweise auch im Frühjahr, werden jetzt immer mehr Lichtarbeiter ihr wahres Selbst erkennen. Sie werden dem Ruf des Herzens folgen und immer mehr auch als Lichtarbeiter auf Erden wirken. Das geschieht durch Gebet, das geschieht durch Meditation, aber auch durch öffentliches Wirken, indem man zum Beispiel in den sozialen Medien auftritt und aufklärend hier einwirkt. Und die Erde befindet sich ja im Aufstieg und es wird immer wichtiger, dass die Lichtarbeiter aktiv werden. Es wird immer wichtiger, dass die Menschen sich öffnen für das erhöhte Bewusstsein. Das heißt, dass sie sich öffnen für ihre Fantasie, für ihre Kreativität. Und genau darum geht es in diesem Vollmond, im Löwevollmond. Dass der Mensch sich seiner Kreativität bewusst wird. Wir haben diese Jupiter-Chiron-Aspekte zum Vollmond. Dass die Lichtarbeiter, also Menschen, die schon in vergangenen Inkarnationen spirituell gewirkt haben, hier auf Erden oder auf anderen Planeten, in anderen Sternensystemen, dass die sich jetzt ihrer Kraft bewusst werden, ihrer Aufgabe bewusst werden und diese annehmen. Dem Ruf des Herzens folgen. Es ist auch eine sehr, sehr heilende, heilbringende Energie. Je mehr du ins Gebet gehst, je mehr du dich mit der Quelle verbindest, kann das Licht der Heilung jetzt zu dir fließen. Wir haben Sonne, Mond, Chiron-Aspekte. Es geht um Heilung. Eine Heilung, die im Geist beginnt, dass wir uns mit der Quelle verbinden, uns immer wieder positiv ausrichten, immer wieder auch mal in die Stille gehen, den Geist entleeren, leer werden, aber eben auch uns immer wieder positiv ausrichten. Ein anderer Aspekt dieser Konstellation ist, dass wir uns mit der Ernährung beschäftigen. Weil neben den Gedanken ist die Ernährung etwas, was ganz viel mit unserer Gesundheit zu tun hat. Denn über die Ernährung nehmen wir vieles in uns auf. Wir essen, nehmen das auf, es wird verdaut und es wird dem Körper zugeführt. Und die westliche Lebensweise, die sehr auf Gewinnmaximierung aus ist und hat eben einen Lebensstil gefunden, einen Ernährungsstil, der nicht wirklich gesund ist. Sich damit mal intensiver zu beschäftigen, will ja gar nicht so weit, so tief hier eintauchen, aber es wird eine Rolle spielen. Ernährung, denn die neue Erde wird geboren, das bedeutet, auch die Ernährung wird sich ändern. Andersrum gesagt, beginnen wir jetzt bereits unsere Ernährung zu ändern, wird das Bewusstsein sich viel schneller erneuern können. Denn unsere Ernährung hat eine Rückwirkung auf unseren Geist. Denn Ernährung, Essen hat immer was mit Energie zu tun. Um es noch eine ganz simple Gleichung zu bringen, der Grundsatz beim Aufstieg heißt, liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Je mehr der Mensch nach diesem Hinweis, nach diesem Gebot lebt, desto mehr erwacht er im Bewusstsein der höchsten Liebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, hab keine Feinde, betrachte alle Menschen als deine Geschwister. Begegne jedem Menschen im Frieden und in der Liebe, selbst wenn der andere deinen Frieden und deine Liebe nicht erwidert, lass dich nicht mitreißen, das ist die alte Energie, ja, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Viele sagen immer, ja, ich bin freundlich, aber nicht zu den Menschen, die unfreundlich sind. So wie es in den Wald hinein schallt, so schallt es heraus, ja. Sie leben nach diesem alten Prinzip des Alten Testamentes, Auge um Auge, Zahn um Zahn, kann man sagen. So wie der andere sich verhält, so verhalte ich mich zurück. Aber dadurch werden sie immer wieder Schwierigkeiten haben und in diesem Rad drin hängen bleiben, in diesem karmischen Rad hängen bleiben, bis sie erkennen, dass nur die Liebe aus dem niederen Bewusstsein herausführt, ja. Also nicht wie es in den Wald hinein schallt, so schallt es hinaus. Egal wie es in den Wald hinein schallt, es schallt immer Liebe und Frieden hinaus. Das ist das neue Bewusstsein. Selbst wenn Menschen dich kritisieren, bete für sie. Selbst wenn Menschen Unrecht anfügen, bete für sie, segne für sie. Lass Liebe deine Handlungen leiden. Unabhängig davon, ob diese Liebe erwidert wird oder nicht. Das ist wichtig, dass wir unabhängig von der Reaktion der anderen immer wieder Frieden und Liebe stiften. Denn wie Jesus schon sagte, selig sind die Frieden stiften. Denn das sind die wahren Kinder Gottes. Das sind die, die ihr göttliches Selbst bewusst gemacht haben, die ihr wahres, ihr göttliches Selbst leben. Das sind die, die sich um Frieden bemühen. Sich unentwegt um Frieden bemühen. Ja, und so ist auch die Ernährung eben wichtig, dass wir diesen Grundsatz, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Achte jegliches Leben auf Erden. Ja, je mehr wir das beachten, dass auch die Ernährung betroffen ist, dass wir kein Wesen schaden, kein Wesen töten, sondern jegliches Leben lieben und achten und wertschätzen. Jedes Leben ist heilig. Desto mehr befolgen wir dieses Gebot der Liebe. Alle Tiere, alle Menschen, jegliches Leben auf Erden ist von Gott erschaffen. Nicht nur deine Mitmenschen sind deine Brüder und Schwestern. Auch die Tiere sind unsere Geschwister. Und das gilt es immer mehr zu erkennen. Und je mehr wir nach diesem Grundsatz der Liebe leben, desto mehr werden wir in unserer Ernährungsweise ändern, desto mehr werden wir in der Liebe erwachen, desto mehr wird auch unsere Energie sich verändern. Denn wie Pythagoras schon sagte, solange man noch für die Nahrung tötet, muss das eine Auswirkung haben auf unser persönliches Leben. Dagegen, wenn wir jegliches Leben achten und ehren und wertschätzen, desto besser, desto mehr werden wir im Frieden erwachen. Alles spiegelt sich. Wir müssen immer wieder Frieden sehen, immer wieder Liebe sehen, immer wieder Wertschätzung sehen. Da wird sehr viel passieren. Die Menschen werden in den nächsten fünf Jahren, in den nächsten zehn Jahren sehr viel erkennen und sehr viel verändern und das wird sehr viel befreien. Also viele Probleme, die der Mensch hat, hat mit der falschen Ernährungsweise zu tun. Hat auch mit dem falschen Umgang mit den Tieren zu tun. Und da wird in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet, denn auch die Wissenschaft wird diesbezüglich schon bald einlenken und diesbezüglich wichtige Erkenntnisse und Errungenschaften mit uns diesbezüglich teilen. Also, dass wir Menschen uns von Tieren ernähren, das wird jetzt mit großen Schritten dem Ende entgegen gehen. Wir werden eine Erneuerung unseres Bewusstseins erfahren, wenn wir uns öffnen. Es gibt übrigens ein interessantes Buch, das ich sehr gerade intensiver anschaue, von Anthony Williams über mediale Medizin. Mediales Food. Also, er hat es vom göttlichen Geist empfangen, wie die richtige Ernährungsweise ist. Und er sagt im Grunde, dass Gemüse und Obst, wenn wir das wieder verstärkt zu uns führen, führt das zu einer Gesundung von Körper, Geist und Seele. Viele Krankheiten, die wir haben, sehr viele, im Grunde fast alle Krankheiten haben, damit zu tun, dass wir uns falsch ernähren. Denn das, was wir unseren Körper zuführen, das hat eben Auswirkungen auf den Körper. Ich möchte jetzt gar nicht so tief hineingehen, wenn dich das Thema interessiert, dann kannst du gerne einfach mal danach recherchieren. Ja, das ist eben Jupiter-Chiron. Chiron hat auch was mit der Ernährung zu tun, ist das ganzheitliche, das ganzheitliche Wissen über Körper, Geist und Seele. Und wenn Jupiter dazu kommt, dann geht ein Licht uns auf. Wir erkennen immer mehr, weswegen wir leiden. Wir erkennen immer mehr den Ursprung unseres Leids, den Ursprung unserer Krankheiten. Und da wird sehr viel passieren können, dass du den Dingen auf den Grund gehst. Wenn das ein Thema für dich ist, wirst du jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, aber auch in den nächsten Tagen bereits, denn diese Energien wirken schon in der neuen Woche, wirst du den Dingen viel tiefer in den Grund gehen. Also du wirst viel tiefer auf den Grund gehen können. Also Jupiter-Chiron ist Glück, Erfolg, Fortschritt, was chironische Themen angeht, Krankheit angeht zum Beispiel. Oder Verletzungen oder ein Ungeborgensein fühlen. Aber Chiron hat auch diesen Aspekt der Einweihung, in höheres Wissen eingeweiht werden. Also das ist ein ganz, ganz spannender Aspekt, der in diesem Frühjahr eine ganz große Rolle spielen wird. Da werden viele Menschen jetzt immer mehr erwachen und die Zusammenhänge erkennen zwischen innen und außen, zwischen dem, was sie essen und dem, wie sie sich fühlen und was sie auch mit ihrem Körper erfahren im Sinne, ob er gesund ist oder wie stark und vital er ist. Das wird ein großes Thema sein. Eine andere Facette ist aber auch die Berufung, weil Jupiter-Chiron steht auch für das spirituelle Lehren, das spirituelle Heilen, das spirituelle Arbeiten, das spirituelle Wirken. Diesbezüglich werden auch sehr viele Menschen erwachen und jetzt in den nächsten Tagen und Wochen einen großen Schritt nach vorn machen. Ein ganz wichtiger Schlüssel ist die Selbstliebe. Dass wir Frieden finden mit uns, mit unseren Schwächen, Frieden finden mit unserer Vergangenheit, Frieden finden mit unserem Leben, auch Frieden finden mit Gott. Je mehr, je größer, je tiefer dein Frieden mit Gott ist, desto mehr, desto größer wird der Frieden auch sein, den du selbst erfahren kannst. Dieser Frieden mit Gott ist so wichtig. Das wird dein Bewusstsein ganz stark erneuern, weil, je mehr du Gott erkennst als das, was er ist, als die Quelle der guten Dinge, die Quelle aller guten Dinge, alle guten Dinge kommen von Gott. Die unguten, die schlechten Dinge, die kommen nicht von Gott. Manche Menschen glauben, das ist so der moderne Aberglaube, alles kommt von Gott. Das Lichtvolle wie das Unlichte, also das Lichtvolle wie das Schlechte. Aber das stimmt nicht. Nur das Lichtvolle kommt von Gott. Gott ist reines Licht, in ihm ist keine Finsternis. Es gibt keine Finsternis in Gott. Dann fragen manche, wo kommen denn dann die unguten Dinge her? Ja, eben vom Gegenspieler, von der anderen Seite, von der dunklen Seite. Hier auf Erden gilt es darum, dass wir lernen, unser Bewusstsein ganz klar auszurichten. Dass wir lernen, Entscheidungen zu treffen. Auf der Erde geht es darum, ins erhöhte Bewusstsein hinüber zu wechseln. Wir treffen Entscheidungen. Ganz klar für Gott, sich zu entscheiden. Ganz klar, sich für das Licht zu entscheiden. Sich für Gott zu entscheiden, heißt, seine Gebote zu achten. Ja, seine Gebote sind Liebe Gott. Weil wenn du Gott liebst, wird sich alles in deinem Leben verändern. Weil jeglicher Widerstand wird sich dann auflösen. Und das Gute wird einfach in dein Leben hineinströmen. Gott hat einen wundervollen Plan für dich. Er will das Beste für dich. Und er sendet dieses zu dir zu, dieses Beste. Aber du kannst es nur empfangen, wenn du dich öffnest. Wenn du nicht offen bist, dann wird das Gute nicht in dein Leben hineinkommen können. Denn Gott achtet den freien Willen. Das ist übrigens ein ganz wichtiges Merkmal der lichtvollen Seite. Die Achtung des freien Willens. Die Gegenseite, die dunkle Seite macht es nicht. Die manipuliert, die geht über den Willen der anderen drüber. Die ordnet eben solche Geschichten an. Ja, jeder muss jetzt das und das machen, ob er will oder nicht. Ist jetzt egal. Es müssen jetzt alle machen. Also die geht über den freien Willen immer wieder drüber, die dunkle Seite. Das ist wichtig zu verstehen. Gott hat das Beste für dich bereitgestellt. Und du wirst das Beste empfangen, wenn du alle Blockaden auflöst. Also wenn du Gott liebst, je mehr du Gott liebst, je mehr du die Einheit mit Gott suchst, desto mehr wird das Beste einfach in dein Leben strömen. Gott hält für jeden das Beste bereit. Das kann aber nur in das Leben hineinströmen, wenn du dich öffnest, wenn du Gott vertraust. Dann kommt das Beste in dein Leben. Das Gebot, Gott zu lieben, hat eben die Auswirkung, dass sich dein Leben drastisch zum Positiven verändern wird. Denn alles Gute kommt in dein Leben dann hinein. Es strömt regelrecht in dein Leben hinein, weil kein Widerstand mehr in dir ist, der das Beste aufhält. Diese Blockaden, die jemand hat, die sind mental, die verschwinden, sobald man wirklich aus ganzem Herzen Gott liebt. Je mehr du Gott liebst, desto mehr wirst du Gott vertrauen, desto schöner wird dein Leben. Gott zu lieben heißt aber auch, den Nächsten zu lieben, wie dich selbst. Denn Gott liebt alle Wesen. Gott hat alle Wesen erschaffen, damit sie Freude erfahren und sie werden diese Freude erfahren, wenn sie im Einklang mit den göttlichen Geboten leben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Bemühe dich immer wieder um Frieden und Liebe. Das wird deine Energie verändern, das wird dein Leben verändern, dein Leben wird immer mehr aufblühen und du wirst immer mehr aus deinem wahren Selbst heraus leben. Du wirst andere Menschen inspirieren, du wirst andere Menschen beim Aufstieg unterstützen, du wirst selber immer mehr im Frieden und in der Liebe erwachen. Eine große Welle des Erwachens wird in diesem Frühjahr über die Erde kommen. Immer mehr Menschen werden sich öffnen für ihr wahres Selbst. Ja, Jupiter, Chiron, das ist der Startschuss für viele Lichtarbeiter. Und dieser Vollmond aktiviert diese Konstellation. Eine andere Facette ist, die eigene Kreativität zu leben, zu erkennen, anzunehmen und zu leben. Der Löwevollmond im Quadrat zum Uranus ersteigert unsere kreativen Kräfte. Er steigert unsere kreative Kraft. Und diese Kreativität zu entfalten, diese zu leben, ist übrigens auch ein ganz wesentliches Merkmal für die neue Erde. Auf der neuen Erde wird jeder Mensch seine Kreativität leben. Ja, es gibt so viele Formen der Kreativität, ob es jetzt künstlerische Fähigkeiten sind, malen, singen oder was auch immer, handwerkliche, gestalterische, soziale, wie auch immer. Aber diese kreative Kraft zu erkennen, zu leben, sie als einen inneren Reichtum auch zu erkennen und anzunehmen und mit der Welt zu teilen, das wird das Leben des Einzelnen, aber auch das Leben der gesamten Menschheit verändern. Ein Mensch kann so viel in der Welt bewirken. Die meisten Menschen verkennen ihre Möglichkeiten, ihre Chancen, ihren Einfluss. Was kann ich schon bewirken, ich kleines Licht. Aber Gott hat dich nach seinem Bilde erschaffen. Gott hat dich nach seinem Bilde erschaffen und je mehr wir uns sehen, wie Gott uns sieht, desto mehr werden wir aufblühen. Leider betrachten wir uns nicht so, wie Gott uns sieht, sondern wir sehen sehr kritisch, sehr streng mit uns und neigen dazu, uns viel zu klein zu sehen. Werdet wieder wie Kinder. Das ist ein ganz wichtiger Schlüssel, die Selbstliebe, dass man sich öffnet für die wahren Herzensträume und Wünsche, dass man sich öffnet und auch Dinge tut, unabhängig, was andere davon sagen, einfach mal mutig ist, den Herzensweg zu gehen, die eigene Kreativität einfach auszudrücken, zu leben. Wir haben wunderbare Chancen. Eine tiefgreifende Transformation wird jetzt immer mehr auf Erden stattfinden. Jeder Mensch hat wunderbare Gaben und Talente und das Jahr 2023 wird ein Jahr des Erwachens für viele Menschen werden. Wenn du da tiefer eintauchen willst bezüglich der Chancen deines Sternzeichens, empfehle ich dir mein Video Die Sterne in 2023, das große Jahreshoroskop für 2023. Dort bespreche ich die Chancen für alle zwölf Sternzeichen inklusive Affirmationen, die zugeschnitten sind auf dein Sternzeichen. mittels dieser Affirmationen, wenn du mit diesen Affirmationen mal einige Zeit einfach arbeitest, die immer wieder aufsagst, immer wieder aufsagst, wirst du eine tiefgreifende Veränderung in deinem Bewusstsein erleben. Du wirst eine tiefgreifende Veränderung dadurch auch in deiner Realität hervorrufen. Es geht um das Erwachen. 2023 wird ein Wendejahr für viele Menschen werden, denn jetzt beginnt eine spannende Zeit der Transformation. Die nächsten zehn Jahre werden extrem spannend diesbezüglich werden. Eingeleitet werden die durch den Zeichenwechsel von Saturn und Pluto. Gleichzeitig wechseln sie das Zeichen im März. Der Saturn wechselt in die Fische der Pluto ins Zeichen Wassermann. Ein Jahr später dann der Neptun und noch mal kurze Zeit später dann der Uranus, sodass wir in den Jahren 23, 24, 25, 26, 27 diesen Zeichenwechsel der Langsamläufer haben. So ein Zeichenwechsel passiert nicht an einem Tag, sondern Pluto braucht zwei, drei Jahre, um diese Zeichen zu wechseln, weil er immer wieder mal vor- und mal rückwärts geht. Also scheinbar gesehen von der Erde aus. Weil die Erde sich um die Sonne dreht, genauso wie Pluto, weil der Pluto weiter weg ist von der Erde, beziehungsweise weiter weg ist von der Sonne. Da erscheint es, dass diese Planeten eben rückwärts laufen und diese Zeichenwechsel von Uranus, Neptun und Pluto geschehen im Einklang, in Harmonie zueinander und das Ganze noch am Nullpunkt fällt. Das bedeutet, dass eine hohe kosmische Energie jetzt freigesetzt wird, die den Aufstieg unterstützt. Pluto im Zeichen Wassermann. Das letzte Mal, als wir das hatten, haben wir die französische Revolution erlebt. Also diesbezüglich werden wir einige Revolutionen erleben. Nicht nur auf der politischen Ebene, sondern dieses Mal werden alle Lebensbereiche verändert werden. Auch in der Ernährung, wie habe ich schon angesprochen, wird es eine große Revolution geben. Die nächsten zehn Jahre werden mega, mega spannend. Saturn ins Zeichen Fische, das bedeutet, dass wir uns noch stärker öffnen dürfen jetzt für das Göttliche, für den Ursprung allen Seins, da noch mehr in die Harmonie hineintreten dürfen. Wer das tut, wer diesem Hinweis nachkommt, wer in der nächsten Zeit mehr Meditation und Gebet in den Alltag integriert, wird immer mehr aus seinem Herzen heraus das Leben führen können. Die Herzenskraft wird aktiviert, die Herzenskraft wird freigesetzt, das Leben wird erneuert, das wahre Selbst wird immer aktiver werden, das wahre Selbst wird immer mehr erwachen. Gebet und Meditation sind ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel bei diesem Prozess des Erwachens. Und je mehr du betest, desto mehr öffnest du dich für die Unterstützung der Engel. Je mehr du betest, desto stärker öffnest du dich für die Unterstützung Gottes. Gebete bewirken Wunder, wenn sie ernstlich gesprochen werden, wenn sie aus dem Herzen gesprochen werden. Und vor allen Dingen, die Wunder können so groß werden, wenn du im Einklang mit den göttlichen Gesetzen lebst, also liebe Gott, liebe deine Nächsten wie dich selbst, liebe alle Menschen, liebe deine Feinde, liebe jegliches Leben auf Erden, liebe alle Tiere, denn jedes Lebewesen ist dein Bruder beziehungsweise deine Schwester. Je mehr wir aus unserem wahren Selbst leben, unser göttliches Selbst leben, desto größere Macht haben unsere Gebete. Wenn du Wunder bewirken möchtest, dann kannst du heute was dafür tun. Geh ins Gebet, sprech aus deinem Herzen, öffne dein Herz und bete voller Hingabe und bemühe dich im Einklang mit den göttlichen Gesetzen zu leben. Bemühe dich immer mehr, jegliches Leben zu ehren, zu achten, zu wertschätzen. Leben erhalten, Leben fördern, Leben stärken, Leben aufbauen, darum geht es. Das ist das wahre Selbst. Das Leben wird als höchstes Wert, als höchstes Gut betrachtet. Alles Leben kommt von Gott. Danke, lieber Gott, für mein wundervolles Leben. Kannst du das sagen? Danke, lieber Gott, für mein wundervolles Leben. Je mehr du das sagst, desto mehr Wunder wirst du anziehen, denn deine Worte erschaffen dein Leben. Danke, lieber Gott, für mein wundervolles Leben. Je mehr du das sagst, desto mehr wirst du die Wunder auch erkennen können, denn was du sagst, dessen Energie wird aktiviert oder andersrum gesagt, du legst immer mehr deine Aufmerksamkeit auf die Wunder und du wirst die Wunder mehr wahrnehmen können, was wiederum dazu führt, dass du immer mehr Wunder anziehst. Das Leben ist ein einziges Wunder, bloß die meisten Menschen haben das vergessen. Sie sind so sehr mit dem Leben verstrickt, so sehr mit den Problemen und Herausforderungen sind die verstrickt, dass sie vergessen haben, dass das Leben ein einziges Wunder ist. Was ist das für ein Wunder, am Leben zu sein? Was ist das für ein Wunder, dass wir leben, zu dieser Zeit, dass wir im Grunde frei leben können? Was ist das für ein Wunder, einen liebenvollen Schöpfer zu haben? Was ist das für ein Wunder, dass der Schöpfer allen Lebens reine Liebe ist? Was ist das für ein Segen? Und wir können diese Liebe, diesen Segen ganz leicht in unser Leben hineinholen. Wir brauchen einfach nur nach den göttlichen Geboten leben und die göttliche Kraft der Liebe wird immer mehr in unser Leben freigesetzt. Glaube an dich, glaube an den lieben Gott, glaube an die Wunder. Das ist die richtige Einstellung dem Leben gegenüber. So wirst du immer mehr ein gutes Leben haben und du wirst immer mehr im göttlichen Selbst erwachen. Denn das göttliche Selbst zeichnet sich dadurch aus, dass es an das Wunder glaubt, dass es an die Liebe glaubt, dass es an das Gute glaubt und dass Gott erkennt als die Quelle der Liebe, als die Quelle aller guten Dinge. Und je mehr ich mich auf das Göttliche ausrichte, desto mehr erwache ich in der Liebe. Schreib mir gern einen Kommentar. Ich freue mich, von dir zu lesen. Klick gern auf Daumen hoch, wenn dir dieses Video gefallen hat. Ja, und unterhalb des Videos findest du den Link zu meinem Video Die Sterne 2023, das große Jahreshoroskop für alle zwölf Sternzeichen beziehungsweise auf robbyaltwein.com dort findest du auch den Link zum großen Jahreshoroskop. Schau dir gleich noch dein Horoskop an für 2023, wenn du es noch nicht kennst. und hol dir auf jeden Fall auch diese Affirmationen, weil die sind wichtig, wenn du diese immer wieder sagst, für das im neuen Jahr, jetzt in diesem Jahr 2023. Dann aktivierst du deine wahre Power. Ich danke dir für dein Vertrauen. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Wir sehen und hören uns bald wieder. Mach's gut. Alles Liebe. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020